Guten Tag, ich heiße Sie herzlich willkommen zur Prüfung Goethe Zertifikat C2. Großes deutsches Sprachdiplom. Mein Name ist Mai und das ist meine Kollegin Frau Geyer. Hallo, grüß Gott. Und ich darf Sie bitten, jetzt zunächst sich ein bisschen vorzustellen und ein bisschen was von sich zu erzählen. Und im Anschluss daran beginnt dann die Prüfung mit der Aufgabe 1. Ja, ich bin Thibaut Mollard aus Frankreich, aus Burgund. Ich habe in Frankreich das Abitur gemacht, im literarischen Zweig. Und dann habe ich ein Jahr in Dijon studiert an der Uni, wo ich angewandte Fremdsprachen studiert habe. Und nach einem Jahr habe ich in München ein Erasmusjahr gemacht. Und dann bin ich einfach in München geblieben, um die Staatsprüfung für Übersetzer und Dolmetscher abzulegen. Und jetzt studiere ich immer noch am SDI München. Allerdings nicht mehr in der FAK, sondern in der Hochschule, wo ich den Masterstudiengang Konferenzdolmetschen mache. Ich habe da eine Frage dazu. Was gefällt Ihnen besser, Dolmetschen oder Übersetzen? Dolmetschen. Weil man wirklich mehr präsent sein muss. Man muss wirklich genau die Lösung haben, an dem Zeitpunkt, wo es verlangt wird. Und nicht zehn Minuten nachher. Man kann nicht, wie bei der Übersetzung, ein Tag später die Übersetzung nochmal lesen, um zu schauen, ob man einen Fehler gemacht hat. Man muss wirklich gleich das Richtige haben. Sozusagen eine permanente Prüfung. Ja, und ein permanenter Druck. Das gefällt mir. Ich arbeite gerne unter Druck. Und Sie haben mit Menschen direkt zu tun, nehme ich an. Ja, das ist auch ein wichtiger Vorteil. Vielleicht sagen Sie dann noch, warum Sie jetzt gerade diese C2-Prüfung auch dann ablegen wollten. Weil ich mich schon immer für Sprachen interessiert habe, erst mal. Das war wirklich mein Lieblingsfach, immer. Und dann, nach dem Abitur, habe ich gelesen, was man mit Sprachen machen kann, was interessant wäre. Ich habe mich erst mal auf die Übersetzung konzentriert. Deswegen war ich in Dijon. Und nach und nach habe ich auch das Dolmetschen geübt. Und das hat mir wirklich gefallen. Nach und nach bin ich auch ein bisschen besser geworden. Und dann habe ich mir gedacht, ich kann es auch probieren. Und es hat geklappt. Super. Dann machen wir gleich weiter. Und ich leite über. Wir beginnen mit der Aufgabe 1. Und Sie haben da einen Vortrag vorbereitet zum Thema Heimat im Kontext der Globalisierung. Und Sie stellen sich bitte vor, Sie machen einen Beitrag zu einem Seminar. Und wir hören jetzt erst einmal zu, was Sie uns da berichten. Danke. Ich finde erst einmal, dass in der Globalisierung, also heutzutage, es eher nicht wirklich sinnvoll ist, von Heimat zu reden, weil die Globalisierung kein Thema mehr ist, sondern eine Tatsache. Es ist einfach so, dass die Länder einfach immer zusammenhandeln, dass es ein Welthandel besteht. Und außerdem bin ich hier vielleicht nicht wirklich der Richtige, um von der Bedeutung von Heimat zu sprechen. Ich bin schließlich seit drei Jahren in München, bin nicht mehr so oft in Frankreich, drei oder vier Mal pro Jahr, um meine Familie zu besuchen. Aber allerdings kann ich verstehen, dass für manche die Heimat Besonderheiten bringt. Eine Heimat ist eine Kultur, man gehört dazu, man ist in dieser Heimat aufgewachsen. Und man spricht auch oft, auch in Übersetzung von Kulturdimensionen. Diese Kulturdimensionen sind spezifisch für jedes Land. Und jedes Land ist mehr oder weniger von diesen Dimensionen geprägt. Es gibt, glaube ich, neun Dimensionen, neun verschiedene. Deswegen ist die Heimat für manche wichtig. Manche bleiben auch ihr Leben lang in ihrer Heimat. Das ist auch bestimmt kein Zufall. Sie lieben ihr Land und sind stolz zu sagen, ich bin aus den USA, ich bin aus Deutschland, ich bin aus Japan, keine Ahnung. Alle sind stolz, aus einem bestimmten Land zu kommen, zu dieser Kultur zu gehören, eine bestimmte Sprache zu beherrschen. Und alle, die diese Prüfung machen, wissen das, jede Sprache ist schwierig. Jede Sprache ist schwierig und gehört auch zur Kultur und wird von dieser Kultur beeinflusst oder andersrum. Meine Meinung ist aber anders. Erstmal verstehe ich nicht genau, wie man in Deutschland von der Bedeutung von Heimat sprechen kann. Deutschland ist ein Grundmitglied der Europäischen Union. Es ist der Motor des EU-Aufbaus und der Europäischen Einheit. Deswegen denke ich mir, dass Deutschland für diese Vereinheitlichung einer Region oder der ganzen Welt ist und nicht nur für Deutschland. Es hat vielleicht vor ungefähr 20 Jahren angefangen mit der Wiedervereinigung. Es waren zwei Deutschland, wenn man es so sagen kann. Jetzt hat man ein einheitliches Deutschland mit ein paar Diskrepanzen. Das kann man nicht vermeiden. Aber Deutschland hat viel für die Entwicklung Europas gemacht. Viel dafür gemacht, dass es in Europa weniger Unterschiede gibt und dass Radikalismus und Extremismus in Europa abgeschafft wird. Ich habe es schon in meiner Einleitung erwähnt. Die Länder handeln miteinander. Es geht auch nicht mehr anders. Man hat auf vielen Konferenzen gesehen, alle Minister sagen, der Alleingang klappt nicht mehr. Es führt zu keinen Ergebnissen mehr. Und jetzt müssen wir alle Hand in der Hand zusammenarbeiten, damit wir Ergebnisse, gute Ergebnisse bekommen. Ich denke zum Beispiel an den Umweltschutz, an den Kyoto-Protokoll, an die Kopenhagen-Konferenz. Alle müssen miteinander arbeiten. Alle müssen zusammen Maßnahmen ergreifen, um richtig gute Ergebnisse zu bekommen. Deswegen denke ich, dass die Heimat eine veraltete Vorstellung ist, dass dieser Begriff noch existiert, aber nach und nach mit der Zeit stimmen wird. Und wir müssen uns alle erstmal hier in Europa als Europäer sehen, obwohl ich denke, dass dieses Wort Europa wirklich nur geografisch verstanden werden sollte und nicht nur nicht politisch. Wir haben eine Union, wir haben nicht unbedingt eine europäische Union und wir wollen diese Union noch erweitern. Und warum nicht eine Weltunion? Das wäre meine Schlussfrage. Ja, vielen Dank für Ihren interessanten Vortrag. Aber ich habe dann doch mal schon auch die Frage, Sie haben zwar gesagt, Sie würden Europa als geografischen Ort verstehen und nicht als politischen Ort. Und dennoch fällt mir ein, so zu Ihrem Vortrag, dass Sie sehr stark die politische Seite beschreiben und betonen, dass man da die Gemeinsamkeiten betonen sollte und nicht die Unterschiede. Und dennoch kann ich mir vorstellen, dass gerade die Menschen, und jetzt will ich da eben weggehen von der Politik, dass die Menschen eben gerade auf diese politische Entwicklung genauso reagieren, dass sie sagen, für sich persönlich brauchen sie diesen Heimatbegriff. Können Sie sich das auch vorstellen? Ja, genau. Es ist, wie ich gesagt habe, die Menschen sind in einer bestimmten Kultur aufgewachsen und diese Kultur wird von den Umständen, vom Umfeld beeinflusst. Man kann in Südamerika und in Europa nicht gleich aufwachsen. Es spielt alles eine Rolle. Das Umfeld, die Umwelt, die Stimmung einfach. Und diese Grundcharakteristika der Menschen, die gehören zum Menschen einfach so. Es ist einfach so. Und deswegen wollen sie das behalten. Dann haben Sie da die Unterscheidung gemacht, eben zwischen Politik und politischen Dimensionen und dann im Grunde Kulturdimensionen, die Sie den Menschen dann auch zuordnen, individuell. Genau. Sehr interessant. Diesen Begriff höre ich jetzt auch zum ersten Mal. Und zu Ihnen persönlich noch ganz kurz. Vielleicht, Sie haben gesagt, Sie fahren drei bis vier Mal im Jahr nach Frankreich. Und für sich selbst nehmen Sie nicht in Anspruch zu sagen, da ist meine Heimat, dort ist meine Heimat? Nein. Ich komme daher, ich bin auch stolz, Franzose zu sein, aber ich bin für Europa, wie gesagt, für die deutsch-französische Freundschaft. Das finde ich am wichtigsten. Und ich finde am wichtigsten, dass es ein Frieden herrscht. Und dass alle sich zusammen bemühen für eine bessere Welt. Gut. Vielen Dank. Gerne. Damit ist die Aufgabe 1 abgeschlossen. Ich darf Sie bitten, jetzt zur Aufgabe 2 überzugehen. Dann stellen Sie sich bitte vor, dass Sie ein Gespräch führen. Oder Sie führen ein Gespräch mit Frau Geyer und diskutieren über das Thema die Rolle der Zeitung im Papierformat im Zeitalter elektronischer Medien. Sagen Sie uns auch bitte noch, was Ihr Standpunkt ist. Also mein Statement, das ich gewählt habe, wäre ja, die gedruckten Zeitungen hinken den Ereignissen hinterher. Wenn Sie dazu Ihre Meinung vertreten. Ja, klar. Also man lebt in einer Welt, wo alles schnell geht. Und die Informationen auch. Dank des Internets kann man diese Informationen sehr schnell bekommen. Man muss einfach eine Adresse tippen, auf einen Link klicken, und dann hat man die Informationen, die man sucht. Aber wenn ich Sie da mal unterbrechen darf, ist denn Schnelligkeit wirklich alles bei Informationen? Also wenn man gerade die aktuellen Ereignisse in den arabischen Ländern sieht, man bekommt im Minutentakt neue Informationen. Bin ich dann wirklich informiert? Weiß ich dann wirklich, was dort geschieht? Naja, es gibt Information und Information. Für mich hat dieser Begriff zwei verschiedene Definitionen. Es gibt die Information, was passiert. Was ist los in den arabischen Ländern? Wie ist es dazu gekommen? Das sind eher allgemeine Informationen. Und dann gibt es für mich die Definition der Information, in der man genaue Zahlen hat, genaue Fakten und genaue Daten lesen kann. Aber zum Beispiel, die Zeitung versucht auch, die Ereignisse, also die gedruckte Zeitung, versucht auch, die Ereignisse einzuordnen, dem Leser zu erklären, wie er Dinge bewerten kann, soll. Also finden Sie, dass das das Internet leistet? Das finde ich nicht. Ich finde es schon. Und diese Zeitungen kann man eben auch im Internet lesen. Es gibt die Online-Zeitungen, weltdeutsch-, süddeutscher.de gibt es auch. Und die Schnelligkeit, ich komme kurz wieder darauf hin, die Schnelligkeit ist für mich wichtig. Diese Völker kämpfen für ihre Freiheit. Sie kämpfen gegen eine fast totalitaristische Regierung, wenn man es so sagen kann. Und also für mich war es ziemlich wichtig zu wissen, zum Beispiel in Tunesien, wann Ben Ali fliegt oder losfliegt. Sie sind jung. Sie gehören zu jung. Und Franzose. Und in Frankreich hat man viele Migranten und ich habe viele tunesische Freunde. Und für mich war es wichtig zu wissen, was in ihrem Land los ist und was passiert und wann sie endlich oder ihre Familie endlich frei ist. Das kann ich verstehen. Andererseits gibt es auch ältere Generationen, meine Generation oder noch ältere Generationen, die es nicht gewohnt sind, sich über das Internet zu informieren. Also für diese Generation halte ich gerade die Zeitung und die Hintergrundzeitung, auch wenn sie mit der Information ein bisschen hinterherhängt, für elementar wichtig. Also meine Gewohnheit ist nach wie vor, jeden Morgen eine Papierzeitung aufzuschlagen. Ja, das habe ich auch nicht bestritten. Und glauben Sie denn, dass das eine Zukunft haben wird? Glauben Sie, dass es in 10, 20 Jahren überhaupt noch eine gedruckte Zeitung geben wird? Ich wünsche mir das, dass es sie noch geben wird. Ich glaube, dass es noch eine geben wird, allerdings vielleicht ein bisschen weniger vielfältig. Wir haben wirklich viele Zeitungen. Wir haben auch Zeitschriften über Computers. Das finde ich zum Beispiel nicht wirklich nützlich, weil, wie Sie das sagen, die älteren Generationen interessieren sich bestimmt nicht wirklich für Computers. Und die jungen Leute, diese Zeitschriften lesen, können Sie auch genauso im Internet lesen. Für ältere Generationen sind gedruckte Zeitungen wie die Süddeutsche Zeitung wichtig. Das will ich nicht bestreiten. Und es ist auch eine Tradition. Wenn man mal vergleicht, die Information im Internet mit der Information in einer Zeitung. Die Zeitung hat für mich den Charme, dass sie Themen mischt, sodass ich auch mal Informationen zur Kenntnis nehme, die ich im Internet niemals suchen würde. Wenn man aber nur das sich anschaut, wofür man sich interessiert, hat man nie ein breites Wissen. Finden Sie das nicht schade? Lesen Sie manchmal die Zeitung im Internet? Selten. Okay. Im Internet gibt es diese Links. Und man hat das Zeitungsartikel vor sich. Und rechts oder links gibt es weiter zum Thema andere Links. Es gibt auch Themen oder Links, die zu diesem Thema gehören können, die vielleicht auch nicht wirklich zu diesem Thema gehören, aber die miteinander verbunden sind. Und das gibt es auch im Internet. Man muss, wie gesagt, nur einmal klicken und dann hat man dieses zweite Artikel. Und ich habe sogar gehört, in den USA hat eine Zeitung, eine Online-Zeitung, aber diese Zeitung gibt es auch gedruckt, sie hat ein System programmiert, damit ihre Links auf der Webseite von anderen Zeitungen erscheinen. Und das darf man auch in den USA. Und das finde ich auch sehr gut, weil man den Standpunkt von einer Zeitung und von einem Journalisten hat. Aber man kann auch gleich auf den anderen Link klicken, um zu wissen, was die andere Zeitung oder der andere Journalist davon hält. Gut, Sie haben mich ein bisschen neugierig gemacht auf neue Medien. Ich wünsche mir trotzdem in Zukunft weiterhin meine Papierzeitung am Frühstücksstisch. Denken Sie trotzdem an die Umwelt. Durch. Gut, dann vielen Dank für die interessante Diskussion. Gerne, danke, Inna. Und dann übergebe ich wieder das Wort an Frau May. Vielen Dank, wir danken Ihnen für diese wirklich interessanten Gespräche. Damit ist die Prüfung beendet und wir wünschen Ihnen noch alles Gute in Deutschland oder wo immer Sie leben mögen und auch in Ihren verschiedenen Sprachen, dass Sie da gut kommunizieren, übersetzen und dolmetschen. Alles Gute. Danke. Alles Gute.